Alfred wünschte sich, seinem Enkel die bemerkenswerte Ähnlichkeit zu zeigen, die sie beide teilten, aber als er alte Familienfotos durchsah, stolperte er über etwas wirklich Faszinierendes. Ein unauffälliges Bild im Hintergrund eines dieser Fotos brachte ein Geheimnis ans Licht, das fast 60 Jahre lang verborgen geblieben war. Nun würde Alfred eine emotionale Reise antreten, um den Verbleib einer wichtigen Person aus seiner Vergangenheit herauszufinden und dabei lange gehütete Familiengeheimnisse ans Tageslicht bringen. An jenem Morgen wachte Herr Alfred mit einem besonderen Glanz in den Augen und einem strahlenden Lächeln im Gesicht auf. Die Sommerferien standen endlich bevor, und sein achtjähriger Enkel Marco würde bald den lang ersehnten Besuch bei den Großeltern machen. Alfred und seine Frau Alice waren jener Art von hingebungsvollen Großeltern, die keine Mühen scheuten, um Marcos Aufenthalt unvergesslich zu machen. Ihr Haus lag auf einem ruhigen Bauernhof im Landesinneren, ein perfektes Refugium für Marco, der sich nach den Ferien an diesem besonderen Ort sehnte. Seit dem Morgengrauen begleitete der Junge seinen Großvater bei den ländlichen Aktivitäten, die er so sehr liebte, morgens frische Eier sammeln, geschickt die Ziegen melken, das Futter sorgfältig an die Tiere verteilen und, was ihn am meisten begeisterte, saftige Früchte direkt aus dem Obstgarten pflücken. Später, zusammen mit seiner lieben Großmutter, verwandelten sie die gepflückten Früchte in köstliche Marmeladen, backten Kekse mit einem unwiderstehlichen Duft und stellten sogar Käse aus der Milch der sanften Ziegen her, die den Bauernhof bewohnten. Wie jedes Jahr war geplant, den Tag mit einem Angelausflug an den ruhigen See auf dem Grundstück zu beenden, während die Sonne sich in goldenen und orangenen Tönen am Horizont verabschiedete. Die Ferien bei den Großeltern waren für ihn ein besonderes Kapitel in seinem Leben, etwas, das er für immer liebevoll in Erinnerung behalten würde. Aber in diesem besonderen Jahr würden die Erinnerungen noch kostbarer werden. Der Grund? Herr Alfred feierte das beeindruckende Alter von 70 Jahren, und er plante eine Feier, die wirklich außergewöhnlich zu werden versprach. Die Ankunft von Marco und seinen Eltern war ein Moment voller warmer und herzlicher Umarmungen. Es war erstaunlich, wie die bloße Anwesenheit geliebter Menschen die Herzen erwärmen und alle wieder zu Hause fühlen lassen konnte. Dieser erste Tag mit dem Enkel war wirklich aufregend, und sie konnten alle geplanten Aktivitäten durchführen. Marco strahlte, besonders nachdem er seinen ersten Fisch beim Angeln gefangen hatte, ein Erfolg, der ihn extrem begeisterte. Er stellte sich bereits die Geschichten vor, die er seinen Klassenkameraden erzählen würde, wenn er in die Schule zurückkehrte. An jenem Abend bereitete die Großmutter Alice eine köstliche Suppe zu, und Herr Alfred beobachtete liebevoll seinen Enkel, der sein Gericht genüsslich verspeiste, während ihn eine Welle der Nostalgie überkam. Er konnte nicht umhin zu bemerken, wie sehr Marco ihm selbst in demselben Alter ähnelte. Nach dem Abendessen beschloss Herr Alfred, eine alte Truhe im Keller des Hauses zu durchsuchen. Diese Truhe enthielt einige kostbare Erinnerungen, die ihm seine verstorbene Mutter hinterlassen hatte. Zu den Erinnerungsstücken gehörten alte Spielzeuge, die Herr Alfred als Kind geliebt hatte, seine ersten Kleidchen, alte Dokumente und ein Set schwarz-weißer Fotos aus seiner Kindheit. Euphorisch kehrte Alfred ins Wohnzimmer zurück, ein altes Fotoalbum mit schwarz-weiß Bildern in den Händen haltend. Marco, ich habe Oma Alice immer gesagt, wie sehr du mir in deinem Alter ähnelst. Ich habe diese Fotos gefunden, auf denen ich als Kind zu sehen bin. Stolz zeigte Herr Alfred die alten Fotos seinem Enkel, der mit Bewunderung die unverkennbare Ähnlichkeit zwischen ihnen betrachtete. Marco beäugte die Bilder und sah seinen Großvater bei seinen ersten Abenteuern. Während er die alten Fotografien durchstöberte, fiel Herrn Alfred etwas ins Auge. Es war ein Foto von seinem zehnten Geburtstag, ein vergilbtes und stark gealtertes Bild. Auf diesem Foto posierte der junge Alfred neben seinem neuen Fahrrad, aber was wirklich seine Aufmerksamkeit erregte, war die Anwesenheit seiner Mutter im Hintergrund. Sie war auf diesem Bild schwanger, ihr deutlich erkennbarer Bauch war unübersehbar, doch Alfred hatte keine Geschwister. Die Frage, die ihm im Kopf herumspukte, war beunruhigend. Was war mit dem Baby, das seine Mutter damals erwartete, passiert? Das Rätsel um dieses Foto ließ Herrn Alfred keine Ruhe. Die Fragen hämmerten unaufhörlich in seinem Kopf. War das Baby gestorben? Warum hatte er keine Erinnerungen an einen jüngeren Bruder zu Hause? Warum hatten seine Eltern nie die Existenz eines weiteren Kindes erwähnt? Alfreds Eltern waren bereits vor einiger Zeit verstorben, und nun hatte er nur noch eine Tante, die Schwester seiner Mutter, die kurz vor ihrem 100. Geburtstag stand. Sie war die letzte Person der Familie, die ihm irgendeinen Hinweis auf dieses faszinierende Rätsel liefern konnte. Herr Alfred wusste, dass es Zeit war, sie aufzusuchen, ihr seine Entdeckungen und Fragen mitzuteilen, in der Hoffnung, dass sie etwas Licht auf das werfen konnte, was damals wirklich geschah. Marco, bist du bereit, dich mit deinem alten Großvater auf eine Reise zur Untersuchung von Geheimnissen zu begeben? fragte Alfred mit einem Lächeln auf den Lippen, in der Hoffnung, diese Suche nach der Wahrheit in einen weiteren besonderen Moment zu verwandeln, den er mit seinem geliebten Enkel teilen könnte. Am nächsten Morgen, nachdem sie ihre morgendlichen Aufgaben bei den Tieren erledigt hatten, machten sich Großvater und Enkel auf den Weg zur benachbarten Stadt, in der Alfreds alte Tante Mathilde lebte. Trotz ihrer fast 100 Jahre konnte Tante Mathilde sich noch bewegen, auch wenn mithilfe eines Gegestellts. Ihre Augen waren nicht mehr so scharf wie früher, und ihr Gehör ließ manchmal nach, aber überraschenderweise blieb ihr Geist klar. Alfred und Marco kamen bei Tante Mathilde an, die sie mit einem liebevollen Lächeln empfing. Sie setzten sich in das gemütliche Wohnzimmer, in dem die Erinnerungen an die Vergangenheit an den mit alten Fotografien und Familiengegenständen dekorierten Wänden zu tanzen schienen. Tante Mathilde, als ich einige alte Fotos ansah, stieß ich auf eines, auf dem meine Mutter im Hintergrund schwanger zu sehen war. Könntest du mir erzählen, was mit dem Baby passiert ist, das sie damals erwartete, fragte Alfred mit Aufrichtigkeit und einem Hauch von Nervosität in seiner Stimme. In diesem Moment hob Tante Mathilde die Augen und sah Alfred mit einem Blick an, der Jahrzehnte zu durchdringen schien, als ob dieser fast 70-jährige Herr wieder ein Junge vor ihr wäre. Sie seufzte tief, bevor sie antwortete. Mein lieber Alfred, ich dachte, diese Geschichte würde niemals ans Licht kommen. Es gibt viel zu erzählen und es ist vielleicht keine leichte Geschichte zu hören. Alfred, erinnerst du dich, wie dein Vater ein strenger und methodischer Mann war? Deine Mutter musste immer sehr vorsichtig mit ihren Worten und Taten sein, um seine schreckliche Laune nicht zu wecken. Als du geboren wurdest, war er überglücklich. Einen Sohn zu haben, war sein größter Wunsch und für ihn war ein Sohn genug, obwohl deine Mutter immer von weiteren Kindern geträumt hatte. Du warst fast zehn Jahre alt, als deine Mutter erneut schwanger wurde, was deinen Vater sehr wütend machte. Er versteckte seine Unzufriedenheit über die Schwangerschaft nicht und gab deiner Mutter die Schuld für die angebliche Nachlässigkeit. In diesem Moment sagte er, dass er das Kind zur Adoption freigeben würde, sobald es geboren sei. In jener Zeit hatten Frauen wenig Autonomie, um über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden. Deine Mutter flehte ihn an, das Baby behalten zu dürfen, und dein Vater erklärte dann, dass er es nur tun würde, wenn es wieder ein Junge wäre. Damals gab es keine Untersuchungen, um das Geschlecht des Babys herauszufinden, und deine Mutter musste bis zur Geburt warten. Sie verbarg ihre Schwangerschaft um jeden Preis, sogar vor dir. Ich muss wohl nicht sagen, dass es ein wunderschönes Mädchen war, oder? Als deine Mutter die Wehen bekam, wurdest du zu mir nach Hause gebracht, und mit der Hilfe einer Hebamme brachte deine Mutter das Kind zur Welt. Dein Vater erlaubte ihr nicht einmal, das Baby zu halten, da er bereits alles geplant hatte, um das Kind zur Adoption freizugeben. Alfred war völlig perplex. Er hatte immer mit seinem Vater gelebt und seinen autoritären und unflexiblen Charakter gekannt, aber er hätte niemals das Ausmaß dessen, was er in der Vergangenheit getan hatte, erahnen können. Deine Schwester wurde in das Kloster der Stadt gebracht und später von einer anderen Familie adoptiert. Deine Mutter wusste nie, was aus ihr geworden ist, fügte Tante Mathilde hinzu und teilte ein weiteres Stück des Puzzles mit. Das Kloster der kleinen Stadt wurde Alfreds nächstes Ziel. Als er dort ankam, erklärte er den Nonnen, die das Institut betreuten, die Situation. Herr, das ist vor 60 Jahren passiert, wir haben keine Dokumente mehr aus dieser Zeit, erklärte eine junge Nonne. Aber, wenn Sie möchten, können Sie im Keller suchen, wo wir einige Kisten mit alten Dokumenten aufbewahren. Alfred blickte entmutigt zu seinem Enkel Marco, der ihn bei der Suche begleitete. Wir sollten suchen, Opa, wir sind so nah dran, dieses Rätsel zu lösen, sagte der Enkel und ermutigte ihn, indem er den Großvater bei der Hand nahm. Markos Worte waren wie ein Hoffnungsschimmer, der Alfred neuen Elan und Entschlossenheit verlieh. Die beiden verbrachten Stunden in die Suche vertieft, durchstöberten die staubigen Kisten und die vergilbten Papiere. Schließlich fanden sie etwas. Die Adoptionspapiere eines Mädchens. Das Geburtsdatum stimmte mit den Angaben von Tante Mathilde überein, und es gab eine Adresse auf dem Dokument. Es war ungewiss, ob die Familie noch in diesem Haus lebte, aber es war eine Spur, der Alfred und Marco folgen wollten. Der Name des Mädchens war Amelia, sie müsste jetzt fast 60 Jahre alt sein. Es war ein Ausgangspunkt für eine Suche, die lang erwartete Antworten versprach und möglicherweise eine durch die Zeit und die Umstände getrennte Familie wieder vereinen könnte. Großvater und Enkel machten sich auf den Weg zu der im Dokument angegebenen Adresse. Als sie vor dem Haus ankamen, zögerte Alfred einen Moment und schaute mit einer Mischung aus Nervosität und Hoffnung auf das Gebäude. Alles wird gut, Opa, ich werde an deiner Seite sein, sagte Marco und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. Nachdem sie die Klingel betätigt hatten, öffnete sich die Tür des Hauses und eine ältere Dame erschien. Alfred machte einen Schritt zurück, erschrocken. Die Frau vor ihm war wie ein Spiegelbild seiner eigenen Mutter. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen, sagte die Frau, sichtbar verwirrt über die Anwesenheit eines älteren Herrn und eines Jungen an ihrer Tür. Ich suche nach Amelia, sagte Alfred, immer noch beeindruckt von der Ähnlichkeit zwischen der Frau und seiner Mutter. Die Frau sah ihn einen Moment lang an und sagte schließlich, das bin ich selbst. Vorsichtig und behutsam erklärte Alfred Amelia seine Vermutung, dass sie seine verlorene Schwester sei. Während sie Geschichten austauschten und ihre Leben verglichen, wurde schnell klar, dass es keine Zweifel mehr gab, die beiden teilten eine starke Blutsverbindung. Sogar ein identisches Muttermal am Arm, vererbt vom Vater, diente als zusätzliche Bestätigung. Tränen der Rührung füllten die Augen von Alfred und Amelia, während die Last so vieler Jahre der Trennung sich in Freude und Erleichterung verwandelte. Amelia wurde von einer liebevollen Familie aufgezogen, hatte aber auch nie Geschwister. Für beide war es ein unerwarteter und aufregender Segen, einen Teil ihrer Familie zu finden, von dem sie nicht einmal wussten, dass er existierte. Nach Jahren der Trennung hätte Alfred zu seinem 70. Geburtstag kein besseres Geschenk bekommen können. Amelia wurde zu einem integralen Bestandteil von Alfreds Leben. Sie, ihr Ehemann und ihre Kinder wurden zu geliebten und wichtigen Mitgliedern von Alfreds Familie. Die Beziehung zwischen ihnen blühte auf und wurde im Laufe der Zeit stärker. Es war ein Schluss, der ein Mysterium in einen neuen Anfang verwandelte. Eine zufällige Entdeckung hatte längst verlorene Blutsbande enthüllt und eine getrennte Familie zu ihrem rechtmäßigen Platz zurückgebracht, die Herzen vereint und das Schicksal neu geschrieben. Selbst in den unerwarteten Kurven des Lebens können familiäre Bindungen Hindernisse überwinden und letztlich ihren Weg zurück nach Hause finden. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!